Oh, ist meine Meinung? Dimmer Und jetzt müssen wir erstmal ein Kreuz holen, wo ist es? Kreuz, zwei Nägel Habe ich was vergessen? Baumkrone Die Linke an, oder? Bi-pa-pu-pa-pa Ich geb B verteidigen Einer mitgehen, nicht alle Die macht Granaten auf seinen Schuhen Einmal meine Waffe getestet Hey Pass auch vor dir, Tyron Das habe ich gar nicht gesehen, alle hier Ich habe einen gedaunt Ja klar, die weiß, dass ich da stehe, One-Shot Bombe down hinten Ah, komm, Alter Schau, die Mitte Du liebst doch die Bamba Bei mir hat er ganz schön Stress gemacht Der hat die Bombe Alter, die war für scheiße OP Hilfe Das ist ein Problem, die wollen blenden Ja Ja Ab ein Ich bin dauernd bei mir zwei Was die Hüfte ist, die war schon wieder schaffen, oder? Äh Nichts Ich bin dauernd bei mir Ich bin dauernd bei mir Ich bin dauernd bei mir In der Mitte ein Sniper Mitte noch mehr Einfach kommen sie euch hinten durch Ja klar, die macht wieder One-Shot, Digger Ah, hinter mir Hab sie Äh, wieder in der Mitte Diesen Ball ist sehr low Einen hab ich Ich bin zwischen mich Hab sie beide Ja, ist Ich bin gerade dazu gekommen Ich bleib aber auf der hessischen Eklappens genannt Immer Ich werde Richtung A ein Regenerationsfeld aufbauen Ich glaub das bleibt aber nicht die ganze Zeit Red ist ein bisschen leise Sascha Ich glaub das bleibt nicht die ganze Zeit Das sieht nach A aus Hier kommen wieder welche Tarko braucht Hilfe, er ist alleine Doppel kill Noch einer Sascha komm flenken Wir nehmen Oh mein Gott Die ist One-It Die ist One-It Nice Drohne Drohne Hinter mir Hä? Hopse Ja Digga Ich hab Bombe geschossen Einer ist down Ich hab Emil gefickt Der ist down Die andere hab ich One-It geschossen Schmeckt Mhhh 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 DOCH A M shy Mhhh MMM M Avoid Mhmm Meneer Mautres Ah nein Hier links bei uns kommt einer Zwei bei uns Nicht challengen Nicht challengen Alle bei uns MEN Tim M Impact Pre-Fire einfach rein Ein bisschen Präsident dann kommen von hinten ich brauche hilfe sascha auch diese snipe noch einer sehr schön gemacht sehr schön die waren so focused auf uns ja ich bin von papier geschossen und dann habe ich gewacht gefinischt die wollten uns richtig nach wie vor geht es wieder b die fliegenden wellen hat der eine springt zuletzt der will gucken wo wir landen bringt er noch nix ja ist das am laden schon ich habe doppelt daumen bei mir hab noch ein hab alle ne da ist noch mal noch jetzt habe ich alle so schon jetzt haben wir gut verteidigt und jetzt dürfen wir noch angreifen ich habe meine taktik am ende noch mal geändert anstatt rechts sind zwei wege bei auch anstatt den linken weg durch die mitte zu gehen und dort zweimal zu schießen bin ich beim dritten mal hinter rechts ganz am rande gewesen habe da geschossen zwei stücke down zu gehen will den fettsack nur bald rechts sie an der augen schossen ich täusche spieler und dann immer rüber der guckt wieder was soll er doch ich bin immer mit dich und lauf dann von daraus in der richtung da schon mal wie weit die weg sind hier ist einer in der mitte mitte aufpassen springt aber wieder zwei stücke down beim sprengen bei mir bei mir kann zu holen von hinten mein gott ich habe ihn sehr schön das matcht dann die flanks gerade sehr wild tyron von hier ja der das ich die meister wacke ich hab schon wieder zwei stücke down schon wieder mit dem scheiß sprengding das ist so krass ich sehe nur mit einer vorrennen will dann dreht er um noch und dann wird er weggebombt so wie es aussieht geht zu b rüber prins charming das hier hinter der kiste ja ich bin dabei einer den hintergang den behalte ich im blick hinten ich habe den hinteren ist bei mir dicker der ist direkt hier ja der kann ich entschärfen ohne probleme nicht wenn ich kaputt schieße von hinten nur hinten kommt gar nix noch einer mache ich bin da auch da und jetzt kommt für mich mich wer geht seinen teammate wieder blieben die kommt habe ich ihn in der luft gekriegt es war glaubt man erster oder zwei der toten nummer so ich bin ein oder zweimal nur gestorben nein oder 2 2 1 und 2 2